Heute sprechen wir noch nicht über den Grand Sport. Kommt auch noch ein Video drüber, weil der hat auch volle Ausstattung. Wann anders. Heute möchte ich über den Casalini Twist Plus sprechen, den Alex bestellt hat. Stimmt's? Ja, den habe ich. Du hast einen ausgesucht. Du warst immer so ein bisschen vorsichtig bei Vice. Ich habe noch nie einen Casalini in Weiß bestellt, weil ich dachte, das ist nicht so der Bringer. Aber durch diese schwarzen Akzente und die dunklen Scheinwerfer und den schwarzen Reifen finde ich, dass es irgendwie total geil passt. Es ist ein richtig schickes Auto. Und ich war sogar ganz gemein. Ich habe Grenzsportfelgen auf den Twist bestellt. Was ich eigentlich gar nicht mag. Ist jetzt schon die Grenzsport-Optik. Wenn wir jetzt noch die Aufkleber hier tauschen, dann fällt es. Er müsste vorne auch noch unten die schwarzen Akzente haben im Kühlergrill. Was aber machbar wäre. Obwohl ich finde das richtig schick. Wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Wo du sagst, dass hier Weißen... Geil. Gucken wir mal kurz von innen. Auch elektrisch ein ausklappbarer Spiegel über Funkschlüssel. Und so weit sind wir von den Grandsport gar nicht entfernt. Das sind geringe Ausstattungsmerkmale, die fehlen, ganz klar. RDKS, Regensensor, Lichtsensor. Was haben wir noch? Ladepad fehlt. Also viele Details, die den Preis nach oben treiben, weil es halt teure Zubehörsachen sind. Trotzdem haben wir in den Twist Plus das große Doppel-DIN-Radio mit Rückfahrkamera, Navigationssystem, Armlehne, die ich wirklich sehr praktisch finde und auch stabil. Die haben wir aber zusätzlich bestellt. Also das ist eine Zusatzausstattung. Ah, okay. Was kostet die? Kannst du das mal einblenden? Ja, blende ich ein. Weiß ich jetzt. Das wäre interessant. Der hat auch zusätzlich noch das Vier-Lautsprechersystem und einen Subwoofer. Das blendst du jetzt auch nochmal ein, weil die Preise weiß ich jetzt nicht. Was ich bei Casalini jetzt auch schön finde, die haben in den Twist Plus Modellen jetzt neue Sitze drin, was irgendwie Teilleder... Also drei verschiedene Stoffarten irgendwie. Also außen ist Leder, also Kunstleder, innen so ein Stoff und dann nochmal so ein groberer Stoff. Ich finde das nicht schlecht. Also in echt sieht das sehr geil aus. Und endlich ist die Prägung tiefer geworden. Das war bei manchen Casalini-Modellen war die Prägung echt noch... Kaum spürbar. Kaum spürbar und wenn da die Sonne richtig drauf geschieden ist, hat sich das Leder wieder in Ursprungsform gebracht und dann war es noch weniger zu sehen. Prägung ist tiefer geworden und somit auch viel eleganter. Was ich ein bisschen vermisse, wieder ein Kritikpunkt, dass Casalini nicht in den Doppel-DIN-Radio oder anders gesagt ein Doppel-DIN-Radio verwendet mit Navigationssystem. Es gibt ja diese Kombi-Geräte. Immer noch so altbackenmäßig mit einem externen Navi. Was aber schon cooler ist, weil es hängt nicht einfach so plump in die Scheibe, sondern hat extra hier diese Aussparung, dass es integriert in den Fahrzeug ist. Man kann übrigens Autobahnen ausschließen im Menü. Allerdings entbindet es einen nicht von der Pflicht, darauf zu achten, wo man herfährt. Ganz wichtig. Ja, das ist wenn, ihr dürft ja nicht auf der Autobahn, man kann es wegklicken, aber vielleicht schickt ihr euch dann doch irgendwann auf der Autobahn, da solltet ihr selber aufpassen. Also nicht einfach auf der Autobahn fahren. Vor allem Schnellstraßen sind ja auch nicht erlaubt. Was ich auch gut finde, was bei allen Modellen ist, man hat immer viel Luftausströmer inklusive Windschutzscheibe, Ablagefach oben und nochmal Handschuhfach. Fußmatten inklusive sowieso bei allen unseren Fahrzeugen sind Fußmatten inklusive, ob von uns oder vom Hersteller. Ihr werdet nie ein Auto von uns bekommen ohne Fußmatten. Übrigens, ja, da kommt auch ein spannendes Video. Ich glaube, neue Fußmatten kommen bald und eixamen Gummifußmatten und Kofferraumwannen. Ja. Speziell, passend und cool. Also abonnieren, machen wir auch noch ein Video. Haben wir schon, war schlecht, müssen wir nochmal machen. Auch hier USB-Port, direkte Verbindung zum Radio. Also USB-Stick, Handy und so weiter. Elektrische Fensterheber. Ich bin eigentlich ein Fan davon, dass die Knöpfe direkt an der Tür sind. Ja. Findest du auch, ne? Ja, fände ich besser. Immer wenn ich andere Fahrzeuge fahre, auch im Pkw-Bereich, der erste Blick ist an eine Türgriffmulde, Fenster auf und zu machen. Ja. Und wenn es da nicht ist, dann... Leck mich! Dann schwitze ich halt. Ja. Also rechts, links und hier ist auch die Spiegelverstellung elektrisch. Ja. Was man auch selten hat. Das ist bei allen Modellen übrigens, bei Casalini der Fall. Richtig. Auch die einklappbaren Spiegel, muss man sagen, kann man nicht abschalten, die klappt man immer ein. Aber wofür auch abschalten? Ja. Dafür hat man sie ja da. Ja. Ein bisschen skeptisch, aber haben wir noch nie Theater gehabt. Wenn es jetzt richtig Eisregen gibt oder richtig viel Schnee, dass es dann irgendwie verhakt oder verklemmt. Aber die haben da keine Kante, wo das Schnee drauf liegen bleiben kann. Und die haben doch eine Sicherheitsfunktion. Genau. Die schalten ab, wenn sie zu... Und das testen wir jetzt einfach mal. Also ich bin jetzt Schnee oder Eis, weil das ist ja so der Hauptkritikpunkt. Oh, Gottes Willen, keine einklappbaren Spiegel. Ich möchte die abstellen können. Denn wenn es friert oder Schnee oder weißer Geier was, möchte ich nicht, dass mir der Inhalt kaputt geht. Und das ist hier eigentlich gut gelöst, weil die haben eine Sicherheitsfunktion. Ich halte jetzt meine Hand ein bisschen weiter weg und simuliere quasi, dass das hier irgendwie blockiert. Und schließe das Auto zu. Ja. Man sieht eindeutig, auf der rechten Seite ist er eingeklappt. Und hier ist er einfach in der Position stehen geblieben, wo die Blockade ist. Also da hat jetzt nichts irgendwie übergeknuppt. Denn wenn ich jetzt wieder aufschließe, dann springt er wieder in die Originalrichtung. So. Und dasselbe passiert dann auch hier. Ich halte ihn jetzt hier fest. Ich schließe nochmal zu. Und ihr seht, andere Seite klappt da richtig an und hier nur bis zur Hälfte. Interessant. Wenn ich aufschließe, fährt er wieder in die Originalposition. Andersrum auch, wenn ich irgendwo gegenfahre. Klappt weg. Da ist jetzt nicht die Mechanik innen drin kaputt oder so. Das ist nur ausgerastet. Kann ich ganz einfach wieder dahin drehen und fertig. Und wenn ich rückwärts am Tor hängen bleibe, ist dasselbe. Dann klappt es so weg. Nur bis zu diesem Punkt. Muss man beachten. Wenn man jetzt weiter drückt. Man sollte schon bremsen dann. Ja. Wenn man jetzt noch weiter drückt, dann reißt er weg. Immer Spiegel abgehakt. Finde ich super. Allgemein finde ich das cool. Twist Plus in Grand Sport Optik für günstiger Geld. Wenn man nicht unbedingt RDKS, Regensensor, Lichtsensor, Ladepad, Klimaanlage, was weiß ich, was es noch alles gibt, haben möchte, ist das eine gute Preisalternative. Hat der eigentlich eine Alarmanlage? Ja. Eigentlich alle Casalini-Modelle haben eine Alarmanlage. Wir können es einmal kurz zeigen, wie es hoopt, aber wir machen so ein separates Video darüber, wie sie funktioniert. Oder? Ja. Also jetzt hast du es scharf geschaltet, angezeigt durch die Blinker. Ja, genau. Tada. Kurz am Rande, also alle Casalini-Modelle haben eine Alarmanlage. Kommt noch was Separates drüber. Gucken wir weiter. Optional haben wir hier beibestellt. Die Parks sind sonst vorne. Ist das richtig? Ja. Twist Plus hat vorne sonst serienmäßig keine? Nein, gar keine serienmäßig. Ah, gar keine. Da kommt man wirklich dann, ausstattungsmäßig hat man viel drinne beim Twist Plus, wenn man noch was beibestellt. Also ich finde so, der hat ausstattungsmäßig all das, was ich gerne hätte und nichts, was ich nicht brauche. Und dann kommst du auf einen guten Preis. Beim anderen Modell würdest du mehr bezahlen für Sachen, die du gar nicht haben möchtest oder bräuchtest. Ja, wobei ich den Twist in Rot, den wir hier neben stehen haben, eigentlich noch besser finde, weil der hat das große Radio und auch das große Soundsystem. Ansonsten aber relativ spartalisch, sag ich mal, ausgestattet. Also der hat die üblichen Sachen, die überall dabei sind. Also die elektrisch verstellbaren Spiegel sind dabei, die Alarmanlage ist dabei. Das Navi hat er nicht, was man, wie schon angesprochen, eigentlich nicht braucht. Weil wenn du dir das Apple CarPlay Radio beinutzt, dann kannst du einfach mit deinem Handy das dann über dein Autoradio streamen. Wie schon gesagt, die Casalini-Modelle sehen auf den ersten Blick alle gleich aus, aber die unterscheiden sich im Detail. und die Details können manchmal teuer sein. Kurz nochmal in den Koffer herum geguckt, vielleicht? Ja. Übrigens auch, das ist bei allen Modellen, dass man über den Schlüssel die Klappe öffnet. Und natürlich auch Ablage inklusive. Subwoofer auf der rechten Seite, hast du gesagt, ist eine Zusatzgeschichte. Die Preise blendest du ein. Hat der auch unsere tolle Lampe wieder? Ja, alle, 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 alle. Nein, Twist nicht. Twist hat die nicht drin? Nein. Okay. Aber das ist es schon wieder. Wem die Lampe egal ist oder der die nicht braucht, der sagt, okay, ich nehme den Twist. Grundpreis glaube ich 14, 14,5. Sparen sich auch wieder was. Aber der hat ja auch noch einen Stromanschluss hinten drin. 12 Volt. Ja, das hat der Twist auch nicht. Schon cool für Kühlbox oder sowas, ne? Ja. Oft belächelt wurden wir wegen den Endrohren, ne? Ja. Von Weitem sieht das ja eigentlich relativ gut aus, dass das so richtige Ausflugendrohre sind. Aber es sind tatsächlich nur Blenden. Ja. Wer sich mal die aktuellen Modelle von Audi, Mercedes und BMW anguckt, wird mit Erschrecken feststellen, dass sie es mittlerweile auch machen. Ja, heute ganz kurz unseren Casalini besprochen. Wir finden natürlich alle Modelle bei uns auf der Seite. Ihr könnt euch da die Fahrzeuge konfigurieren. Ihr seht da unsere Lagerfahrzeuge in sämtlichen Farben, Ausstattungsvarianten und dazugehörige Preise. Wenn Fragen sind, könnt ihr uns natürlich auch gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wobei ich einen Anruf, muss ich immer sagen, muss bevorzuge. Da kann man eben schnell was abquatschen, bevor man da stundenlang eine E-Mail schreibt. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017